Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und wir sind heute wieder im Camp und das letzte Mal wurde uns ja alles geklaut, alle Diamanten. Oh, stimmt. Sogar unsere Zelte. Ja, stimmt. Was sollen wir denn jetzt übernachten, Kater? Ja, wir haben ja noch das Baumhaus zum Glück erstmal fünfergehend. Da hast du recht. Aber das mit den Dias ist echt so ärgerlich. Ich weiß nicht. Ich hab nur noch das Diamantschwert. Oh, oh, oh. Hab ich auch noch? Guck mal. Ja, siehste mal. Das einzige, was uns übrig geblieben ist. Den zu machen, noch haben wir auch noch zum Glück. Aber mit dem können wir gar nichts machen, oder? Ja, das stimmt. Oh, und euch? Geht's euch gut? Ja, Tad? Warte mal, vielleicht haben die ein bisschen Hunger. Hast du Hunger? Ich glaub schon, ja. Warte, vielleicht können wir denen mal ein bisschen Fleisch geben. Und guck mal, Jimmy ist da oben. Was macht der denn? Jimmy! Oh, oh, oh. Das war aber knapp hier. Guck mal, Kater, wir können ein bisschen Jimmy und Tad füttern. Warte mal, Kater. Ich geb dir ein bisschen Fleisch. Oh, danke schön. Da kannst du die beiden ein bisschen füttern. Okay, pass mal auf. Hier, Jimmy, guck mal. Und zack. Und? Oh, süß. Guck mal, zack. Oh, da freut er sich. Richtig, richtig gut. Und hier, Tad. Zack. Und? Oh, nee, nicht klauen. Oh, oh. Oh, nee. Und hier, zwei für dich noch. Oh, da freut er sich. So süß. Richtig, richtig gut. Und hast du noch Hunger? Äh, nein. Okay. Hast du Hunger? Nein. Okay, sehr gut. Okay, hast du eine Idee, was wir heute machen könnten? Weil irgendwie... Ich weiß es nicht. Kater, wir könnten mal beim Feld vorbeischauen. Mal sehen, wie weit das schon ist. Oh, stimmt. Ich glaub, da ist was gewachsen. Oh, guck mal, tatsächlich. Oh, das sieht richtig schön aus. Oh, Moment mal, Jimmy, nicht drauf rumspringen. Oh, Jimmy, nein. Hey. Du machst alles kaputt. Oh, Mann. So, zack, zack, zack. Oh, wir haben so viel Weizen. Oha, ich hab... Da können wir noch ein paar Kühe züchten. Das ist cool. Stimmt. Ich hab richtig viele Karotten. Ich hab 54. Oh, sehr nice. Leute, ihr müsst von dem Feld runter, sonst ist hier alles platt gemacht. Komm mal mit. Oh, oh. Komm mal mit. So, zack, 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 zack. Und zack, 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 zack. Bitte nochmal für dich. Und für dich, Jimmy. Bitte schön. Und zack, zack, zack. Da pflanze ich hier noch ein bisschen an. Oh, guck mal, Kater, die haben alles platt getreten. Was ist das mit uns? Ja, ich hab zum Glück eine Hake dabei. Oh, sehr gut. Zack, zack. So, da pflanze ich hier auch noch ein bisschen an. Oh, ich hab zwölf Weizen. Das ist richtig gut. Oh, nice. Oh, und warte, Kater, ich teste mal was. Ja. Guck mal hier in den Wassereimer. Wenn ich jetzt das Wasser hier hinsetze. So. Und ich glaube, jetzt müssen wir hier auch Seerosen drauf platzieren können, oder? Ja, tatsächlich. Ja, aber süß. Richtig gut. Da hole ich jetzt noch ein bisschen Wasser. Und da können wir überall Seerosen drauf platzieren. Das ist richtig gut. Oh, das sieht bestimmt am Ende richtig schön aus. Ich weiß nicht, ob man hier unten das zwar auch machen kann. Aber wir gucken mal. Guck mal so. Und da könnten wir eigentlich, genau, hier vorne wieder Wasser hinsetzen. Aber ich finde, unser Feld sieht so schön aus. Generell schon. Stimmt. So. Zack, zack, zack. Guck mal, da kommt hier wieder Wasser hin. So. Bitteschön. So cute. Und so. Das ist richtig, richtig cool. Ja. Und weißt du, was vielleicht wieder eine gute Idee wäre? Wollen wir vielleicht mal wieder was bauen? Ich weiß nicht. Wir haben lange nichts mehr gebaut. Stimmt. Unser Baumhaus ist ja fast fertig. Ne? Das ist richtig, richtig nice. Gut. Vielleicht können wir ja da hinten bei unserem Picknickplatz irgendwas bauen, weil da ist ja noch gar nichts. Vielleicht können wir ja so eine kleine Strandhütte oder sowas bauen neben dem Picknickplatz. Stimmt. Oh, das wäre richtig cool. So ein kleines Strandhaus. Ja. Das ist eine gute Idee. Okay, warte mal. Dann würde ich sagen, weil die Sonne ja bald untergeht. Wir gehen erst mal ins Baumhaus schlafen. Danach machen wir am nächsten Morgen die Strandhütte. Ja. Das ist eine gute Idee. Okay, Leute. Kommt mit. Wir gehen zum Baumhaus. Und ihr müsst aufpassen. Ted nicht wieder runterfallen. Bitte. Oh, stimmt. Da hast du dir das jetzt mal ein bisschen weh getan. Nein. Nein, der Arme. Okay, dann los, los zum Baumhaus. Okay, hier ist das Baumhaus. Und dann gehen wir mal hoch. Dann machen wir eine Runde schlafen. Ja. Das ist sehr gut. Und zack. Ab nach oben. Und zack, zack, zack. Über die Hängebrücke. Oh, oh. Bloß nicht runterfallen, Kater. Nee, aber ich glaube, man ist hier eigentlich safe. Deswegen passt es ganz gut. So. Alle Mann rein. Ja. Ted und Jimmy können ja hier draußen schlafen. Oder wo sind die gerade? Ja, ich weiß nicht. Auch auf der anderen Seite. Okay, okay. Die laufen über die Brücke. Oh, guck mal, wie langsam Ted da drüber läuft. Oh. Zack, zack, zack. Der passt richtig auf. Und Moment mal. Passt der überhaupt über die Brücke, Kater? Ich weiß nicht. Komm, Jimmy, bleib bei Ted. Sonst ist er ganz allein. Ich glaube, der ist zu dick für diese Brücke. Ach nein, der Arme. Da steht er da hinten. Hey. Ja, okay, dann pass auf Ted auf. Okay, bis morgen. Gute Nacht. Gute Nacht, ihr beiden. Okay, dann gute Nacht, ihr auch. Gute Nacht, Kater. Guten Morgen. Guten Morgen. So, okay. Heute kommt die Strandhütte zustande. Ja. Und welches Holz wollen wir denn dafür nehmen? Habe ich irgendwas dabei? Ich weiß es nicht. Warte mal. Wir könnten eigentlich vielleicht so helles Holz nehmen. Birke habe ich sogar. Warte mal, ich habe hier eineinhalb Stacks. Haben wir noch irgendwas hier drin? Das hier. Das ist richtig gut, glaube ich. Ja, guck mal, ich habe das auch. Oh, schön. Okay, dann machen wir das damit. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen direkt mal zum Strand. Ach stimmt, Jimmy ist wieder hergekommen. Der hat sich auf mein Bettchen gelegt, Kater. Oh, so süß. Und wo ist Ted? Ich weiß es nicht. Ted? Hallo, wo bist du? Oh, oh, wo ist er denn? Oh, da hinten. Oh, da hinten ist er. Oh, Gott. Hier müssen wir das echt mal sichern, weil der ist ja schon mal runtergefallen. Weißt du noch? Ja, oh nein. Ted, komm, wir gehen jetzt zum Strand. Komm mit. Los geht's. Sehr gut. Aber nicht runterfallen. Oh, oh. Oh, ich passe auf. Zack, 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 zack. Und ab hier runter. Los geht's. Kater, wir könnten dann auch so Liegestühle hinstellen und einen Sonnenschirm und alles. Das wird richtig, richtig cool. Oh, das ist echt schön. Warte mal. Ja. Weil wir haben ja dann wirklich so, naja, hier links haben wir ja eigentlich unser Baumhaus. In der Mitte haben wir ja fast unser Camp und den Aussichtsturm. Dann haben wir noch den Picknickplatz und dann die Strandhütte. Das ist eigentlich voll süß aufgeteilt alles, weißt du? Ja, das ist richtig, richtig cool. Okay. So, zack, zack, zack. Hier ist unser Camp. Wir können ja nochmal ganz kurz schauen, ob wir noch irgendwie Holz da haben vielleicht. Ja. Moment, ich guck schnell nach. Oh, Kater, guck mal zu den Kühen. Guck mal. Bitte schön. Happy, happy für euch. Zack, 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 zack. Richtig süß. Oh, jetzt haben wir wieder kleine Küchen. Oh, die sind echt cute. Ja, die sind richtig, richtig süß. Okay, wir haben aber leider kein Holz mehr sonst da. Oh, ich hab noch ein bisschen Holz, Kater, aber auch nicht mehr so viel. Oh, eins hab ich hier noch? Aber nee, sonst nicht. Okay, dann müssen wir erstmal da hingehen. Ja, zack. Und let's go. Und Kater, wir könnten uns dort auch vielleicht ein paar Betten reinstellen oder so. Da könnten wir auch dort übernachten. Oh, stimmt. Generell, das soll alles so auf den Sommer getrimmt werden, denke ich mir mal so. Ja. Weil da hat das Meer vielleicht eigentlich besonders schön da. Oder so eine Hängematte oder sowas. Oh, eine Hängematte wäre echt cool. Ja, das wäre echt richtig, richtig nice. Okay, okay. Folgen uns, Zett und Jimmy? Ja, ich sehe sie. Ja, die sind hinter uns. Sehr gut. Dann sind wir, sie sind sogar gleich da. Ich sehe schon das Meer. Und ich gehe gleich schwimmen. Äh, nein, wir bauen jetzt erstmal. Ich will aber schwimmen im Meer, Vater. Wir bauen jetzt erstmal. Okay. Und dann gehe ich schwimmen. Wir haben ja auch nur unseren Picknickplatz da. Oh, das sieht so schön aus. Oh, das ist so richtig, richtig schön. Okay, warte mal. Wo wollen wir unsere Strandhütte denn hinsetzen? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht hier vorne hin in die Mitte oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da hin oder wir könnten es auf... Ja, eigentlich hier, oder? Ja. Wir machen es ein bisschen gerade noch und dann sieht es bestimmt richtig süß aus. Okay, ich helfe dir mal. Okay, warte mal. Dann wollen wir hier hin unseren Eingang machen oder wie wollen wir das machen? Oder hier lang? Ich würde sagen, guck mal, wenn wir von hier reingehen. Ich glaube, das wäre richtig cool. Hier ist so der Eingangsbereich. Da kann man hier ins Häuschen rein. Und vielleicht kann man sogar nach hier hinten noch raus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und da haben wir auf jeden Fall, naja, auf zwei Seiten einfach Wasser. Hier haben wir schön Wasser und hier haben wir das riesige Meer. Das ist richtig gut. Oh, stimmt. Vielleicht können wir das so als eine Art, naja, so Hof machen, wo... Stimmt. Als eine Art Garten halt. Weißt du, was ich meine? Ja, das wäre eine gute Idee. Aber ich weiß nicht. Es ist sehr dunkel hier. Weißt du, was ich meine? Ja. Na ja, aber hier sind auch keine hellen Bäume. Wir brauchen noch helle Bäume. Ja, ich habe noch ein paar. Da hinten sind auch noch ein paar Birken. Schau mal. Oh, warte, hier ist eine Kiste. Oh, was? Warte mal, hier haben wir doch das letzte Mal auch was gefunden. Weißt du noch? Stimmt. Warte mal, ist die Kiste noch hier? Warte mal, guck mal, was ist da drin? Stimmt, hier ist auch die Kiste. Oh Gott, da guck mal, hier sind Melonen drin. Oh, dann können wir uns Melonen machen. Stimmt, das ist hier richtig gut. Zack, 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 zack. Oh, nice. Da können wir uns schon Melönchen anbauen. Oh, das wird cool. Ja. Das könnten wir direkt hier machen, theoretisch sogar. Stimmt. Oh, okay, okay. Wir könnten einen richtig schönen Garten auch machen. Oh, das wird so nice. Ja. Okay, warte mal, dann fangen wir mal an mit den Häusern. Ich mache erst mal, machen wir mal hier hin was, oder? So, so ist doch gut. Das stimmt. Es muss ja auch nicht riesig sein. Dann machen wir hier weiter. Guck mal, so zack, 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 zack. Dann setze ich hier noch ein bisschen Sand hin. Und dann können wir hier die Wand machen. Oh, das wird so schön. Und dann mache ich hier den Eingangsbereich, glaube ich. Ich glaube, das passt dann ganz gut. Genau, okay, dann baue ich hier hoch. Oder wollen wir das einfach nur aus diesem Holz machen? Oder wie machen wir das? Hm, ja, könnten wir auch. Oder vielleicht können wir ein bisschen dunkles Holz noch verbauen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, könnten wir machen eigentlich. So, ich mache mal ein Crafting Table. Zack, mach das. Und den setze ich mal hier hin. Dann mache ich schön zwei Türchen. Zack, zack. Wir könnten ja als Boden, naja, dunkles Holz nehmen, theoretisch. Stimmt, das ist eine gute Idee. Ich gehe hier mal ausgraben. Warte, habe ich eine Schaufel dabei? Ich habe eine Schaufel dabei. Nice. Ich helfe dir mal. Oh, das wird so schön, Katja. Oh, Moment mal. Hier fließt Wasser rein. Hilfe. Oh Gott, oh Gott, okay. Äh, ja gut. Wir können hier ein Schwimmbad draus machen. Könnten wir machen. Wollen wir das? Ich weiß es nicht. So, okay, okay, warte mal. So, hier hinten. Zack, zack, zack. Dann nehmen wir Oak oder Spruce? Ich weiß es nicht, wie du willst. Das oder, warte mal. Ich würde sagen, ganz dunkel. Okay, dann machen wir ganz dunkel. Ja. Warte mal, hast du eine Axt? Nein. Ich auch nicht. Aber ich habe noch die Kettensäge. Denkst du das? Zack, zack. Oh Gott. Vielleicht mache ich gerade eine ganz... Nee, es ist nützlich. Guck mal, Katja, bitteschön. Dankeschön. Moment. Dann hole ich mal das Holz hier weg. Zack, zack und zack. Ich habe leider kein dunkles Holz, Katja. Ich mache mal ein bisschen weiter mit den Wänden, okay? Okay, mach das. Oh, das wird so schön, Katja. So ein richtig schönes Strandhaus. Und warte mal. Was macht denn Ted und Jimmy jetzt gerade? Warte mal. Oh, die sind beim Picknick. Hallo. Na? Na? Aber Moment mal, wo ist Jimmy denn? Vielleicht geht der irgendwie baden? Der badet doch gerne. Guck mal, Katja, da ist er ja schon. Oh, hi. Na? Alles gut? Okay, super. Moment mal. Ich glaube, der knabbert hier ein bisschen an unserem Brötchen. Hey. Oh, nein. Ted lässt es. Okay, warte mal. Wir müssen auf jeden Fall ganz viele Fenster reinmachen. Das finde ich nice. Irgendwas, naja, dass es halt so richtig willkommen schön aussieht. Weißt du, Schweine? Ja. Und wir könnten noch so ein Steg hinbauen oder sowas, weißt du? Oh, stimmt. Soll ich das mal in die Richtung machen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Warte mal. Ich probiere mal was aus, okay? Okay. Guck mal, wenn wir hier so einen kleinen Steg hinmachen, vielleicht so, zack, 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 dass der so ins Meer rausragt. Guck mal, so, zack. Okay. Und hier noch weiter. Ich helfe dir. Zack, 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 zack. Ist es nicht ein bisschen weit schon? Ja. Oh, ich weiß es nicht. Das kann sein. So ist okay. Und wollen wir dann hier auch so eine Art Tür rausmachen oder? Ja. Wir können es theoretisch auch offen lassen. Oh, stimmt. Ist ja eh ein Strandhaus, so. Warte mal, guck mal, dann setze ich aber hier noch ein bisschen Sand hin, dass es ein bisschen schöner hier ist. Guck mal, so, zack, 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 zack. Und zack. Oh, das ist cool. Dann haben wir das so. Oh, das sieht echt nice aus. Ja. Okay, Sufi. Dann machen wir, was machen wir denn für ein Dach? Oh, ich weiß es nicht. Aber ich mache hier auf jeden Fall schon mal ein paar Fensterchen rein. Okay. Moment mal, haben wir überhaupt Glas? Äh, ja, ich habe auf jeden Fall im Camp noch Glas. Aber wir haben ja auch ganz viel Sand hier. Wir könnten doch theoretisch ganz schnell, naja, einen Ofen machen. Und hier würde ich sagen, machen wir nochmal so einen kleinen Durchgang einfach, dass wir hinten so einen schönen Garten zum Beispiel anlegen können. Ich glaube, das wäre ganz cool. Oh, stimmt. Okay, das wird nice. Nice. Ja. Und Kater, hier brauchen wir noch einmal ein bisschen dunkles Holz. Äh, warte. Äh, guck mal hier. Oh, danke schön. Bitte schön. So, zack. Und das setzen wir hier hin. Und zack. So, zack, zack. Nice. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Garten hinten raus. Und hier mein Fensterchen. Hallo, Kater. Hallo. Ja. Na? So. Okay, wir sind jetzt mit dem Strandhaus fertig. Gut, das Dach ist ein bisschen hoch geworden insgesamt. Also, wenn ihr da irgendwie noch Verbesserungsvorstellungen habt, dann könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht machen wir es einfach nochmal an einer bestimmten Fläche, naja, flach. Und was ist denn hier? Ach so. Das ist, oh, das sieht süß aus. Doch, danke. Das habe ich gemacht. Schön. Wir haben ja auf jeden Fall noch einen Steg und haben dann hier noch ein paar Sachen reingetan. Ein paar Sponges und so. Richtig cute. Viel Spaß. Und wir haben hier einen großen Fischi. Uiuiui. Und ich lass nämlich noch an, Knabbert Hilfe. Ich sag's, der knabbert dich an. Und auf jeden Fall haben wir dann hier auch nochmal eine Tür halt, naja, zu unserem riesigen Garten, sag ich mal. Und hier haben wir noch ein paar Sonnenstüte. Also, das ist irgendwie ganz süß geworden eigentlich insgesamt, oder? Das ist richtig, richtig schön. Ja. Oh, komm, Herr Kater. Das ist eine kleine Krabbe. Ich ja auch. Oh, hier sind ganz viele kleine Krabben. Oh, nicht, dass die mich noch... Oh, oh, nicht, dass die mich zwicken. Ich glaub nicht. Oh, die geht so rein. Hey, ne? Mega cute. Ich bin... Oh, oh, nein. Jetzt ist er... Guck mal, die sind zu dritt da so. Voll cute. Die springen da rum. Oh, oh. Ich hab Angst. Oh, nein. Mega süß. So, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.